Wollen Sie in mein Wohnzimmer? Naja, ich habe das beim Mittagessen mitbekommen und zwar da ist dann auf der Straße hier dann auch ein Polizeiauto schon mal langgefahren. Und dann später so hatte meine Mutter mich vorgerufen, dass ich mal aus dem Fenster gucken soll. Und dann habe ich dann gesehen, wie mehrere Polizeiwagen, auch SIK-Einsatzwagen angefahren kamen. Und dann hat man so das Auto von dem Herrn sehen können, wo sich dann auch mehrere Beamte versammelt hatten. Und dann sind auch noch mehrere Hubschrauber rumgeflogen. Der LKW, der hatte das Auto da vorne dann abgeblockt. Dass der halt nicht weiterfahren konnte und auch keine größeren Schäden mehr anrichten konnte dann. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke. 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 Danke.